Hallo, heute möchten wir Ihnen ganz allgemein Joysticks vorstellen und Ihnen zeigen, in welchen Einsatzbereichen man Joysticks am besten einsetzen kann. Viel Spaß dabei! Joysticks gehören zur Gruppe der PC-Eingabehilfen und Mausersätze. Sie sind leicht zu steuern und ermöglichen eine präzise Ansteuerung von Bildschirmobjekten via Cursor. Im Vergleich zu Standardmäusen oder auch Trackballs sind sie zwar langsamer, aber gerade von Personen mit eingeschränkter Arm- oder Handmotorik besser bedienbar. Allerdings muss zur Steuerung noch Kontrolle über Daumen, Zeige und Mittelfinger vorhanden sein. Die Tasten eines Joysticks sind oftmals tiefer liegend, um unbeabsichtigte Klickauslösungen auszuschließen. Auch besitzen viele Joysticks eine Handauflage für eine bessere Ergonomie, durch ihre symmetrische Bauweise sind sie mit beiden Händen nutzbar. Viele Joysticks zeichnen sich durch 3,5 mm Klinkenanschlüsse an den Seiten aus, an die Schalter angeschlossen werden können, um externe Mausklicks zu simulieren. Oftmals sind Joysticks in ihrer Tastenzuordnung außerdem programmierbar, sodass sie beispielsweise festlegen können, wo der linke und rechte Mausklick oder zum Beispiel die Drag-and-Drop-Funktion aktiviert werden sollen. Joysticks werden unter anderem bei Menschen mit RSI-Syndrom, Verspannung in der Muskulatur, Behinderung verschiedenster Art oder einfach nur als ergonomischer Mausersatz eingesetzt. Um festzustellen, ob ein Joystick das richtige Gerät für Sie sein könnte, empfehlen wir die Testung über mehrere Tage. Aufgrund von gemachten Erfahrungen während dieser Tests lösen sich anfängliche Vorbehalte, die Sie eventuell gehabt haben, in eine große Akzeptanz zum eingesetzten Mausersatz auf. Der Nutzer erlebt auch die Vorteile und lernt diese zu schätzen. Viele der von uns gezeigten Eingabehilfen stellen wir leihweise zur Verfügung. Schauen Sie dazu einfach auf hidrex-reha.de im Internet vorbei oder kontaktieren Sie uns per Mail unter info.hidrex.de.